Zwei Tage, 20 Nationen, rund 275.000 Besucher, 200 zivile und militärische Luftfahrzeuge. Das sind die Eckdaten der Airpower 2022, der größten Airshow Europas. Abgehalten in Zeltwick im Fliegerhorst Hinterstößer. Veranstaltet vom österreichischen Bundesheer im Land Steiermark und Red Bull. Große Menschenmengen erfordern entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. Den Belang Öffentlichkeitsarbeit, die Miliz präsentiert sich hier in der Öffentlichkeit hochprofessionell. Das ist für einen Öffentlichkeitsarbeiter des Bundesheeres natürlich ein Feiertag. Was aber am heutigen Tag viel wichtiger ist, ist zu zeigen, was wir in der Luft können, was unsere Luftstreitkräfte können. Noch viel mehr, wie unsere 6.500 Soldaten an diesen beiden Tagen dafür sorgen, dass 100.000 Besucher gut versorgt sind, logistisch, von der Sanität her. Zeigen, was wir können. Ein absolutes Highlight. Man sieht ja, wie viele Leute hierher kommen. Da ist immer noch sehr viel Interesse da, sehr viel Enthusiasmus von jung bis alt, von groß bis klein. Also ich finde es immer wieder schön, dass man so etwas gemeinsam mit dem Militär macht. Wer dieses grandiose Spektakel versäumt hat, voraussichtlich 2025, hat er wieder die Möglichkeit, dabei zu sein.